Die 4 Schritte, wie du zum Frauenhasser wirst. Auf YouTube oder auch auf Facebook oder in irgendwelchen Foren trifft man immer wieder auf Männer, die eine große Menge an Frauenhass angestaut haben, die schlecht über Frauen reden, die alle Frauen verurteilen, die Frauen die Schuld für ihr trauriges Leben in die Schuhe schieben. Und wenn du einmal da angelangt bist, dass du Frauenhass in dir entwickelt hast, dann verbaust du dir damit jegliche Möglichkeit, irgendwann mal ein glückliches Liebesleben führen zu können. Und damit dir das nicht passiert, schauen wir uns in diesem Video die 4 Schritte an, wie es überhaupt passieren kann, dass ein Mann ein Frauenhasser wird. Und wenn du zu den Männern gehörst, die bereits Hass gegen Frauen aufgebaut haben, dann will ich dir am Ende dieses Videos auch noch Tipps geben, wie du da rauskommen kannst und wieder ein gesundes Verhältnis zu Frauen aufbauen kannst. Schauen wir uns aber an, welche Schritte passieren, dass ein Mann zu einem Frauenhasser wird. Schritt 1 ist ein negatives Erlebnis. Ja, die meisten Männer, die Richtung Frauenhass tendieren, die haben irgendwelche Enttäuschungen mit Frauen erlebt. Vielleicht wurden sie immer wieder zurückgewiesen von Frauen, von denen sie eigentlich mehr wollten. Oder sie haben es erlebt, dass ihre Freundin sie betrügt hat. Oder sie haben irgendwie erlebt, dass eine Frau ihnen finanziell extrem geschadet hat. Und das ist der erste Schritt, wie Männer empfänglich dafür werden, Frauen zu hassen. Ja, negative Erfahrungen. Meistens ist es nur eine Erfahrung, eine negative Erfahrung, die sie mit einer Frau erleben. Aber manchmal sind es auch mehrere negative Erfahrungen, die direkt zum zweiten Schritt führen. Der zweite Schritt ist Verallgemeinerung. Ja, wenn Männer eine negative Erfahrung mit einer Frau gemacht haben, passiert es schnell, dass sie sagen, alle Frauen sind so. Ja, alle Frauen sind untreu. Alle Frauen sind hinterhältige Schlampen. Alle Frauen wollen nur Geld. Alle Frauen stehen nur auf Typen, die gut aussehen und muskulös sind. Ja, wenn sie zum Beispiel verlassen wurden von ihrer Freundin und diese Freundin dann mit einem hübscheren Mann zusammengekommen ist, dann haben Männer so eine Überzeugung. Und der zweite Schritt ist, dass sie das verallgemeinern, dass sie auf einmal nicht mehr unterscheiden können zwischen dieser einen Situation oder vielleicht diesen einzelnen Situationen, die sie in ihrem Leben erlebt haben, sondern sie stecken alle Frauen in eine Schublade. Das ist der zweite Schritt, der dich Richtung Frauenhass führt, wenn du alle Frauen verallgemeinerst. Und der dritte Schritt ist, dass du dich auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen konzentrierst. Das siehst du auch immer wieder auf irgendwelchen YouTube-Kanälen, die das sogar noch befeuern oder in den Kommentaren von bestimmten Videos, aber auch auf Facebook und auf irgendwelchen Foren oder in irgendwelchen Blogs. Dass sich ganz stark auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen fokussiert wird. Wie anders Frauen doch sind als wir Männer. Und wenn du damit anfängst, jemanden als ganz anders als dich selber zu sehen, dann wird diese Person immer fremder für dich. Und je fremder jemand für dich ist, desto leichter fällt es dir, diese Person einfach zu missachten und einfach schlecht über diese Person zu reden und diese Person nicht nachvollziehen zu können, weil du, wie gesagt, dich nicht mit dieser Person identifizieren kannst. Du sorgst dafür, dass du sie immer mehr so siehst, als wäre sie ein ganz anderes Lebewesen und im schlimmsten Fall sogar nicht mal ein Mensch. Ja, das ist der schlimmste Schritt, den du gehen kannst, um Frauenhass aufzubauen. Und das ist auch der Schritt, den zum Beispiel die Nazis gegangen sind, um Juden zu verunglimpfen. Ja, sie haben gesagt, Juden sind nicht mal Menschen. Und genau das gleiche passiert beim Frauenhass, wenn Männer anfangen, Frauen zu hassen. Dass sie Frauen so sehr verachten, dass sie sie nicht mal mehr als Mensch wahrnehmen wollen. Also das ist der dritte Schritt, dass du dich auf die Unterschiede zwischen Mann und Frau konzentrierst und ganz stark die Unterschiede hervorhebst und irgendwie die negativen Seiten von Frauen ganz groß machst und den Frauen halt die Schuld in die Schuhe schiebst für dein Unglück in deinem Leben. Und der vierte und der letzte Schritt ist, dass du dir Gleichgesinnte suchst. Dass du dich mit Leuten umgibst, die genau so über Frauen denken wie du. Und dafür gibt es auch viele YouTube-Kanäle oder Blogs oder irgendwelche Gruppen, Facebook-Gruppen, wo Männer zusammen sich austauschen, wie scheiße doch Frauen sind und wie hinterhältig Frauen sind und wie sehr sie enttäuscht sind von Frauen und dass man Frauen eh nur für Sex gebrauchen kann und für mehr nicht. Ja, und dass man als Mann ein unabhängiger Mann sein muss, der alleine seinen Weg geht. Da gibt es ja sogar diese lächerliche Bewegung M-G-T-O-W, Men Going Their Own Way, ja, wo es darum geht, dass man als Mann komplett sich unabhängig von Frauen macht, weil Frauen einem nur schaden und einem irgendwie jegliche Energie, jegliche Finanzen aus den Fingern saugen. Und deswegen kannst du dich nicht auf Frauen verlassen. Das ist so die schlimmste Form von Frauenhass, in die du geraten kannst, dass du dich mit Männern umgibst, die genauso denken wie du. Weil du damit dein Weltbild immer mehr festigst. Und je länger du in so einem Umfeld bleibst, desto mehr verbaust du dir die Möglichkeit, jemals ein glückliches Liebesleben erleben zu können und jemals eine Freundin finden zu können, mit der du eine schöne, gleichberechtigte, liebevolle Beziehung führen kannst, mit der du tollen Sex hast, mit der du schöne Dinge erlebst. Und das ist eigentlich das, was sich jedermann wünscht. Ja, jedermann wünscht sich eigentlich Liebe zu erleben, eine Frau richtig lieben zu können und Liebe zu empfangen und ein tolles Sexleben zu haben und irgendwie eine ehrliche, authentische Beziehung führen zu können. Aber Männer, die diesen Weg des Frauenhasses einschlagen, verbauen sich das. Und kommen dann auf die Idee, dass sie endlich die Wahrheit kennen und nicht mehr auf die Matrix reinfallen, wo dir suggeriert wird, dass Frauen irgendwie toll sind oder Frauen irgendwie was Besonderes sind, sondern sie haben die Wahrheit erkannt. Sie haben die rote Pille geschluckt und erkennen jetzt die Matrix. Sie sehen, wie hinterhältig und gemein Frauen sind und fallen darauf jetzt nicht mehr rein, sondern umgeben sich nur noch mit Männern, führen nur noch Männerfreundschaften und vermeiden es, mit Frauen in Kontakt zu sein, beziehungsweise sich vor Frauen zu öffnen, weil Frauen hinterhältige Skorpione sind, die dich vergiften, sobald sie die Möglichkeit dazu bekommen. Das ist natürlich mega schädlich und einfach total kontraproduktiv, wenn du ein glückliches Liebesleben erfahren möchtest. Also das sind die vier Schritte, wie du zu einem Frauenhasser wirst und dir damit jegliche Beziehungschancen verbaust. Also Schritt eins ist, du hast eins oder mehrere negative Erlebnisse mit Frauen. Schritt zwei ist, du verallgemeinerst und beziehst es auf alle Frauen. Du kannst nicht unterscheiden zwischen diesen einzelnen Erlebnissen und allen anderen Frauen da draußen. Schritt drei ist, dass du dich auf die Unterschiede konzentrierst und Frauen immer fremder für dich werden dadurch. Und Schritt vier ist, dass du dir Männer suchst, die genauso denken wie du und dein Weltbild immer mehr festigst. Wenn du gerade in einem dieser Schritte dich befindest, dann wach auf, komm da raus, umgib dich nicht mit Leuten, die das noch bestärken, sondern versuch, deinen Hass zu überwinden. Das ist Schritt eins, wie du aus Frauenhass wieder rauskommst, dass du erkennst, dass Hass keine Lösung ist. Hass schadet nur einer einzigen Person, nämlich dir selber. Solange du Hass gegen Frauen hast, dann erlebst du negative Gefühle, wenn du Frauen siehst, wenn du Frauen mit einem anderen Mann siehst. Wenn du eine glückliche Frau auf YouTube oder im Fernsehen oder sowas siehst, dann erlebst du den Hass. Die Frau, der Frau ist das scheißegal, was du erlebst, sie kriegt es nicht mit. Sondern Hass schadet nur dir, vergiftet nur dein Leben. Bis du vielleicht, ganz wenige Männer kommen dann an den Punkt, dass sie so sehr Hass spüren, dass sie den Hass auch noch auf andere übertragen, indem sie eine Frau zum Beispiel angreifen. Aber selbst da, klar, schadest du erstmal direkt der Frau. Aber auch da schadest du letztendlich viel mehr dir selber, weil du ein schlechtes Gewissen haben wirst, wenn du einer Frau wirklich wehtust und letztendlich die rechtlichen Konsequenzen davon trägst, die auch dir nur schaden. Das heißt, Hass ist einfach nicht die Lösung. Und das ist der erste Schritt, den du erkennen musst, dass Hass dich nicht weiterbringt. Das ist darum geht, diesen Hass aufzulösen und nicht deinen Hass noch weiter zu befeuern und zu bestätigen, indem du weitere Quellen entdeckst, was Frauen alles Schreckliches machen und wo Männer unterdrückt werden und Frauen bevorteilt werden und so ein Quatsch. Das sorgt nur dafür, dass du deinen Hass weiter schürst. Schritt 2 ist, dass du dich mit dem Feind umgibst. Dass du dir Hobbys suchst und Möglichkeiten suchst, wie du Frauen kennenlernen kannst. Weil die Männer, die wirklich voller Frauenhass sind, sind in der Regel Männer, die keine Frauen in ihrem Leben haben, die nicht mal weibliche Freundinnen haben, die vielleicht nicht mal eine Schwester haben oder auch keinen Kontakt zu ihrer Mutter, die einfach ihr Leben komplett männlich dominieren lassen. Und wenn du das machst, dann kannst du gar nicht erleben, dass deine ganzen Vorstellungen darüber, wie Frauen sind, vielleicht nicht so sehr mit der Realität konform sind. Also wenn du an so einem Punkt angelangt bist, dann such dir bewusst eine weibliche Gesellschaft. Such dir Hobbys, wie zum Beispiel Impro-Theater oder geh zum Yoga oder geh zu einem Kommunikationskurs, mach einen Sprachkurs, wo du auch Frauen antriffst. Und dann such bewusst die Kommunikation mit Frauen, um einfach den Kontakt zu Frauen wieder herzustellen und zu merken, dass Frauen auch nur Menschen sind. Und dass deine bösen Vorstellungen davon, was Frauen alles Schreckliches tun und wie Frauen so sind, einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Das ist der zweite Schritt, dass du dir die Gesellschaft von Frauen bewusst suchst. Der dritte Schritt ist, finde Gemeinsamkeiten. Konzentrier dich nicht mehr auf die Unterschiede zwischen Mann und Frau, sondern versuch zu sehen, wie viel Ähnlichkeit zwischen dir und Frauen herrscht. Ja, weil es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern, als es Unterschiede gibt. Aber Männer, die voller Frauen hassen, wollen das nicht hören. Sie wollen nur die Unterschiede sehen und sich darauf fokussieren, daran festhalten, weil dann können sie sich von Frauen distanzieren, müssen sich nicht mit Frauen identifizieren und können Frauen auch mehr schlecht machen und schlecht über sie reden. Aber sobald du entdeckst, dass die Frau genauso ist wie du, die gleichen Ängste hat, die gleichen Sorgen hat, Unsicherheiten hat, manchmal nicht weiß, wie es weitergeht, manchmal irgendwie mit ihren Gefühlen überfordert ist und manchmal zu sehr in ihrem Kopf ist und zu rational ist und nicht irgendwie, nicht ihre Gefühle spüren kann, dann kannst du dich mehr mit Frauen identifizieren und kannst mehr sehen, dass sie genauso sind wie du. Und erst wenn du da ankommst, dann kannst du auch wirklich eine Beziehung zu einer Frau aufbauen, denn nur wenn du verstehst, wenn du sie wirklich verstehst und das kannst du nur, wenn du siehst, sie ist so wie du, dann kannst du dich auch auf sie einlassen und dich verletzlich machen und dich so zeigen, wie du bist. Und das ist der vierte Schritt, dass du dich traust über deine Unsicherheiten und deine Sorgen und deine Zweifel und vielleicht auch deine schlechten Vorurteile oder deine Sorgen, was Frauen angeht, zu sprechen mit Frauen und einfach zu erleben, wie reagieren denn Frauen darauf. Und das sind so die vier Schritte, die dir mega helfen werden, wie du wieder eine Vertrauensbasis mit Frauen aufbauen kannst, wenn du schon in Richtung Frauenhass gerutscht bist, weil du irgendwie die vier Schritte eingeschlagen hast, die ich am Anfang des Videos erklärt habe. Das heißt, wenn du ein Frauenhasser bereits geworden bist, dann schau dir diese vier Schritte an. Als erstes erkenne, dass dein Hass nicht die Lösung ist. Dein Hass schadet nur dir. Als zweites umgib dich mit dem Feind. Umgib dich mit Frauen und versuch, Frauen besser kennenzulernen und zu verstehen. Schritt drei ist, dass du wirklich versuchst, Gemeinsamkeiten zwischen dir und Frauen zu entdecken und Frauen kennenzulernen, über Dinge zu reden, über Unsicherheiten zu reden oder über Ziele zu reden und herauszufinden, dass viele Frauen genau das Gleiche wollen wie du. Das hilft schon mal, um einfach wieder mehr Nähe zu Frauen zu schaffen. Und das vierte ist, dass du dich verletzlich machst, dass du offen über deine Sorgen und Zweifel mit Frauen redest, aber auch über deine Bedürfnisse und das, was du willst. Und dadurch es schaffst, eine Beziehungsebene mit Frauen wiederherzustellen und aus dem Frauenhass zu fliehen. Okay, ich hoffe, dieses Video hilft dir weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn du mehr Videos zu solchen Themen bekommen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und klick auch auf die kleine Glocke hier unten. Dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Das war es von mir und wir sehen uns dann im nächsten Video.